Das ist eigentlich ein Traum, es ist wie eine große Familie und das finde ich sollte auch eine Studierendenschaft sein, also es sollte eine Studierendengemeinschaft sein. Hier haben wir wirklich Personality, also jeder kennt jeden. Wir sind keine Zahl, wir sind keine Nummer, wir sind wirkliche Menschen und der Mensch steht im Mittelpunkt hier an dieser Hochschule und das ist wunderbar. Ich würde sogar fast sagen, ein Segen hier zu studieren. Mein Name ist Jonas Meier, ich komme aus Bollensach, Bayern, bin 27 Jahre alt, geboren 1990. Ja, was mein Alter verrät ja schon, dass ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr gemacht habe. Habe mein Abitur in Paderborn gemacht, bin in Bayern aufgewachsen und habe dann in Paderborn auch mit dem Physikstudium angefangen. Dann über Materialwissenschaften bin ich dann irgendwann zur VWL gestoßen und dann nach Trier gezogen. Da habe ich aber sehr schnell ernüchtert festgestellt, dass das nicht meine Anforderungen entspricht oder die nicht die Basis beleuchtet, die eigentlich ein VWL-Studium beleuchten sollte. Um die Volkswirtschaft richtig zu verstehen, muss man halt alles im Gesamten betrachten. Ja und dann habe ich die Cousanus-Hochschule kennengelernt und die genau das repräsentiert, was ich mir wünsche von einem VWL-Studium oder einem Ökonomie-Studium. Mein Name ist Johann Rommel. Ich habe in Bayreuth Philosophie und Economics im Bachelor studiert und habe dann später Wissenschaftsphilosophie mit dazu gehabt durch mein Studium. Und eigentlich gelernt, dass die Methodologen momentan in der Wissenschaft da sehr skeptisch sind. Und das ist sehr fragwürdig, dass man bei diesen Modellen eigentlich lernen kann über Wirtschaft. Ja, eine Professorin, die wir damals eingeladen haben, zu einer Ringvorlesung nach Bayreuth zu kommen, hat uns wiederum eingeladen, hier diese Cousanus-Hochschule mit zu gründen. Und da war ich jetzt von Anfang an dabei. Ich habe den Master Ökonomie studiert an der Cousanus-Hochschule selber, habe von Anfang an hier mitgearbeitet und habe den Master letztes Jahr im März abgeschlossen. Und ein Punkt, worin deutlich wird, dass die Cousanus-Hochschule einfach komplett von dem Bildungsprozess aus gedacht ist, der da geschehen soll und nicht von anderen Dingen, ist, dass wir ein paar Blogseminare haben. Das ist ein sehr großer Unterschied. Also man ist fünf Tage lang meistens an einem Seminar und denkt dann wirklich von morgens bis abends irgendwie an einer Sache weiter. Und man muss dann eben nicht an einem bestimmten Punkt irgendwie dann unterbrechen, sondern wenn man gerade merkt mit einer Gruppe, jetzt sind wir genau an dem wichtigen Punkt, dann kann man irgendwie weitermachen und trotzdem ist die Leistungsbereitschaft sehr hoch, sodass in den Seminararbeiten oder mündlichen Prüfungen dann eigentlich immer sehr viel Lektüre noch reinkommt, die auch gar nicht verlangt war. Und die Leistungsbereitschaft geht hier noch weit über das Studium hinaus, die man mitbringen kann. Also wir haben ein eigenes Haus, in dem, was gemietet ist, jetzt mittlerweile sogar zwei, wo Studierende wohnen. Es wird selbst gekocht, es wird selbst eingekauft von den umliegenden biologischen Höfen und darauf geschaut, auch was man kauft und so weiter und so fort. Und es ist sehr umfassend, was sozusagen neben den Seminaren eigentlich noch alles passiert. Und es sind auch für mich besonders schöne Lernkontexte, in denen das die Praxis stattfindet, über die man sonst redet und wo man wirklich immer wieder das zusammenbringen kann. Also ich glaube, das Konzept der Cusanos Hochschule ist unschlagbar. So ein Konzept habe ich noch nicht gesehen bis jetzt an der Hochschule, nämlich dass man drei bis fünf Tage Seminar hat. Beziehungsweise zwei Seminare bis zu sieben Tagen und dann wirklich ein Thema bis zum Ende durchnimmt und am Ende auch verstanden hat und man nicht von Fach zu Fach, tagtäglich von Fach zu Fach springt. Und ich glaube, dass genau dieses Konzept eine unglaubliche Zukunft hat. Denn ich bin davon überzeugt, dass man nur so wirklich Sachen versteht, analysieren kann und lernen kann. Ich glaube auch, dass die Leute, die hier ausgebildet werden, mit ganz anderen Gedankengängen in die Welt hinaustreten und ganz anders wirtschaften werden wollen und die Wirtschaft hoffentlich auf den Kopf stellen und verbessern und nachhaltiger an die Sache rangehen. Also ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass hier eine Masse entsteht, die etwas verändern kann. Wunderbar und Laudbar und Laudbar und Laudbar und Laudbar Untertitelung des ZDF, 2020